hallo und willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder dabei seid schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es was cooles und ganz besonderes worauf ich mich eigentlich schon die ganze zeit gefreut habe das video wollte ich unbedingt mal bringen wir schauen uns dieses kleine monster teil von cpu an den armen der weisen red river 1920 x 12 kerne 24 freds und eine xfx radio und rx 578 gb diese beiden teile bauen ja mit einem mainboard zusammen nimmt cpu kühler ein bisschen speicher und jagen ihn durch ein paar aktuelle games und gucken mal was dabei rauskommt der cpu ist natürlich schon ein paar jahre alt und vor allem mit dem hintergrund weil er eher für workstation entwickelt wurde ist es doch schon sehr interessant wir dann mit so einer einsteiger grafikkarte der xfx radio und rx 570 mit 8 gigabyte in den games so zurecht kommt man sollte meinen 12 kerne sind durchaus overpowered das ist ein fred river der ersten generation es sind mittlerweile schon die 2000er und die aktuellen 3000er auf dem markt damals waren die prozessoren noch nicht so unbedingt perfekt für gaming ausgelegt und deswegen wollen wir noch mal der frage nachgehen wie sich denn das jetzt aktuell im jahr 2021 so verändert hat ob sich da überhaupt was getan hat ob die prozessoren mittlerweile vielleicht sogar etwas besser optimiert sind und vielleicht auch dem ein oder anderen game eine überraschung für uns parat haben ich hatte mit der xfx radio und rx 570 bereits schon das ein oder andere video auf meinem kanal hochgeladen ich verlinke euch jetzt mal oben in der infobox ein spannendes video da hatte ich eine zweite radio und rx 570 allerdings mit 4 gb gegen die 8 gb version antreten lassen und habe dann die beiden grafikkarten miteinander verglichen es geht um die frage wie viel grafik speicher denn in aktuellen games momentan benötigt werden oder ob vielleicht vier gigabyte noch ausreichen das ist besonders interessant vor allem wenn wir den hintergrund betrachten dass da in den ganz kleiner intel i3 10100 verbaut wurde wenn man den vergleich mit einem fred river 1920 her nimmt könnte man meinen das ist natürlich ganz schön fies zwölf kerne gegen vier kerne aber ja ich will es nicht zu weit vorgreifen guckt euch ruhig mal die videos an diesmal habe ich ein paar games mehr getestet einfach um eine breite masse anspielen zur verfügung zu haben um den threadweber besser austesten zu können um einfach der frage nachzugehen ob diese rohleistung die wir mit den zwölf kernen haben im jahr 2021 mittlerweile besser ausgelastet wird so dann will ich euch nicht weiter auf die folter spannen war noch ein kleiner hinweis bevor es losgeht ich habe die aufnahmen mit meiner kamera gemacht ich habe also den bildschirm abgefilmt ursprünglich wollte ich die aufnahmen über den prozessor berechnen lassen aber trotzdem das sind halt immer wieder so ein paar einflüsse was eben dann die cpu leistung ein bisschen beeinträchtigt wir haben höhere prozentwerte bei der auslastung das wollte ich einfach vermeiden deswegen habe ich die kamera genommen wo das noch mal gehört habt und jetzt geht es los mit den spiele benchmarks viel spaß das ist ein bisschen ich es die es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020